Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit etwas Einfachem, was euch aber trotzdem das Leben in manchen Spezialfällen sehr viel leichter machen kann. Eine neue Datenstruktur, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ihr kennt Arrays, das hoffe ich zumindest, ansonsten seid ihr ein bisschen weich hinten in der Serie. Aber ihr kennt vielleicht noch nicht die zyklischen Arrays. Zyklische Arrays, naja, schauen wir uns erstmal die klassischen Arrays an. Diese sind ja normalerweise jedes Element nach dem anderen. Das heißt, nicht unbedingt vielleicht als Liste gehandhabt, sondern häufig auch einfach mit Speicherplatz. Aber im Endeffekt kann ich immer berechnen, wo mein nächstes Element anfängt. Das bedeutet, ich habe mein A, dann weiß ich, okay, nach meinem A kommt halt mein B und irgendwann habe ich auch ein Ende. Also im Endeffekt macht es keinen Unterschied, ob wir ein Array oder eine Liste angucken für diesen speziellen Fall. Was wir aber brauchen, ist auf jeden Fall nicht das. Denn wenn wir nach G wieder eins weitergehen, dann haben wir normalerweise immer einen Fehler, einen sogenannten Out of Bounds. Und das führt häufig zu Problemen in Code. Und für manche Probleme, also für manche algorithmischen Probleme, ist das einfach auch nicht wirklich, naja, sinnvoll. Denn manchmal möchte ich einfach die ganze Zeit dasselbe tun. Manchmal möchte ich einfach auch wieder von vorne anfangen. Stellt euch zum Beispiel vor, dass Leute an einem Tisch sitzen und die miteinander diskutieren. Der Nachbar G hat trotzdem den Nachbarn A, wenn der Tisch rund ist. Und natürlich kann er auch eckig sein, aber trotzdem kann er quasi sagen, mein rechter Nachbar, mein linker Nachbar. Und so ist es halt auch in vielen Fällen irgendwie gehandhabt. Und das bedeutet, wenn wir hier mal gucken, wie das vielleicht effektiver oder effizienter gehen würde, dann haben wir vielleicht auch sowas. Unser Nachbar A verweist auf B, verweist auf C und D und so weiter und so fort. Und G verweist wieder auf unseren Nachbar A. Damit haben wir ein zyklisches Array. Und das kann in vielen Fällen, wie gesagt, helfen. Was das Einfügen angeht von neuen Elementen oder auch das Löschen von alten Elementen, die drin sind und nicht mehr drin sein sollen, ist das eigentlich relativ unkompliziert. Man packt einfach ein Element hinten dran in der normalen Array oder in der normalen Liste und hier hat man halt einfach ein Element mehr dann drin. Die spannende Frage stellt sich eher nach der Implementierung, wie man das tatsächlich machen würde. Und naja, sind wir mal ehrlich, eigentlich so kompliziert ist es gar nicht. Das schauen wir uns aber im nächsten Video an. Vielleicht auch noch nicht unrelevant, ich habe ja gerade einfach gezeigt, wie ein Element hinten dran gemacht wird. Das wäre eher der Fall bei einer Liste. Bei einem tatsächlichen zyklischen Array habe ich eine feste Anzahl an Elementen normalerweise. Und hier muss man ein kleines bisschen umdenken. Wenn wir uns das Ganze nochmal kurz angucken, haben wir ja hier normalerweise A, B, C, D, E, F, G. Das heißt, wir haben hier sieben Elemente. Und wenn wir noch ein Element hinzufügen wollen, dann müssen wir unser Array physisch wirklich erweitern. Das heißt, wir müssen das Array in ein neues Array reinkopieren und dann eins größer machen, also das neue Array. Oder zum Beispiel 10 größer oder 20 größer oder wie viel auch immer größer machen. Das heißt, selbst bei einem normalen Array ist das Hinzufügen von Elementen alles andere als trivial. Es geht hier aber gar nicht um das Hinzufügen, sondern es geht eher darum, dass man intern weiß, dass nach dem neuen Element eben, also nach dem letzten Element in diesem Array das erste wiederkommt. Das heißt, das ist eigentlich bloß eine Art von, wie handhabe ich das intern? Ja, und wie gesagt, das schauen wir uns im nächsten Video an, denn ich versuche die ganzen Videos hier modular zu halten. Für die Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt peifen können, die können trotzdem hier zugucken und das vielleicht auf andere Sprachen wunderbar übertragen. Alles klar, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.